Der spirituelle Name Paramartha. Paramartha ist ein spiritueller Name für Aspiranten mit abstraktem Mantra, zum Beispiel OM oder SOHAM. Paramartha heißt die höchste Wirklichkeit, die höchste Wahrheit. Wenn du Paramartha heißt, dann weißt du, in Wahrheit bist du die höchste Wirklichkeit, die höchste Wahrheit. In Wirklichkeit gibt es nur diese eine höchste Wahrheit. Artha heißt das höchste, oder heißt das Ziel und das Wesen und auch Reichtum. Und Paramar heißt höchster, höchster Reichtum, höchste Wirklichkeit, Paramartha. Paramartha heißt aber auch das höchste Ziel, der höchste Zweck. Wenn du Paramartha heißt, soll das auch heißen, du folgst dem höchsten Ziel, nämlich der Gottverwirklichung. Und in Wahrheit bist du jetzt schon verankert in dieser höchsten Verwirklichung. Ich habe auch schon einen längeren Vortrag gegeben über Paramartha. Diesen gibt es als Video und auch als Niederschrift auf unseren Internetseiten und so will ich diesen Vortrag jetzt kurz halten, weil du einen längeren Vortrag dort anschauen kannst. Welches Jahrhundangel ist. Und leine, wie oben 7, izo都 wieder an die Janoren und ihren Ökernemmel. Und das ist jetzt noch nichts is equal. Nur6 6. Ist nicht nur so gesche seconds. 後 finde ich. Vielen Dank.